guten abend tag morgen wann auch immer hier das willkommen drückt bei knack und dsd ww so schnell sagen waren sie sechs buchstaben also nicht nur spielt das was ich will noch nicht mal sechs verschiedene buchstaben ja und ja wir kommen zurück wie gesagt und jetzt ist wieder in seinem element so und weitergeht wir müssen jetzt sein entfinden wenn ich mich richtig der verrückte doch nur chirurg ist das andere dinge hier soll ich das nicht machen vielleicht sollte ich das auch nicht grillen wollen liegt ja irgendwas wichtiges bestimmt nein mann ich will immer ranzoomen ist er kaputt das ist doch ja das ist doch noch nicht kaputt immer hin in die ecke wo ist meins eigentlich hin das ist tot wo ist denn dieses ding jetzt über select konzert aufrufen ich glaube ja gehen wir noch mal die trommel nach rechts und dann zurück da nehmen wir gehen noch mal nach rechts ein immer so willkommen in neustadt und hören wir gehen noch mal nach rechts Diana Andrew Ryan das muss das sein an der Oberfläche erwarten die Parasiten dass der Arzt sie umsonst teilt und von den Bauern wollen sie aus nächsten Liebe mit Nahrung versorgt werden der Parasit unterscheidet sich nur geringfügig von dem perversen der auf der Suche nach einem Opfer umherstreift dass er zu seinem entahneten Vergnügen missbrauchen kann und wer sagt ich hätte was in der ersten folge übersehen er hat recht genau in dem Moment wo ich gesagt habe das ist wichtig hier nicht zu übersehen aber ich kann euch auf jeden Fall versprechen das wird heute wieder noch passieren übrigens ist wieder so ein ja aber wenn ich mich jetzt anhöre und läuft wieder zurück oder so geht's ja was könnte man an mir noch besser machen durch Adam und mein Skalpell habe ich mich verwandelt ach Gott immer dieses ranzoomen das ist nicht weil das noch vollkommeneres erschaffen könnte meine Vorstellungskraft dafür aber nicht ausreicht ich werde tatsächlich so schießen und der ist von der anderen Seite? bestimmt ich liebe den Schraubenschlüssel also ich bin total schlecht mit dieser Fiskoldingster jawohl hab noch ein Loch in die Wand geschossen ich weiß nicht ich muss auch hier aber landen aber da hinten war so ein Maschinen denk ich glaube ich tun wir denn einen Pfeil ich weiß aber da war etwas drin bestimmt da schießt du eine Maschine nämlich auch nicht das klemmereich mache? tja gibt ja mehrere mehrere Wege mehr gibt es nicht es war auf jeden Fall klemmereich hab mir hier so ein Verbandskasten geholt ja unten entblieb hatte ich doch eine Waffe oder nicht? ja toll zwei verkronen das war immer ein Maschinengewehr sehr viel ich liebe diese alten Dinger ne? achso ja Maschinengewehre in diesem Trommelmagazin ne? ja was ist das brutalste und obszönste das der Menschheit je angetan wurde? die Sklaverei? ah Sklaverei sagst du? war das? willkommen im wir müssen nach rechts ja ich habe davon Kenntnis erhalten dass einige Bewohner Mittel und Wege gefunden haben die Ausgabeautomaten zu manipulieren es scheint bedauerlicherweise notwendig zu sein die Einwohner von Rapture daran zu erinnern dass die Marktwirtschaft das Fundament darstellt auf dem unsere Gesellschaft beruht Parasiten werden bestraft aha Parasiten ich muss ja hacken ist das wieder mit dem Rohr? no Schwierigkeit nicht hacken aufkauft oder? ich probier's mal ne dann kann ich ja trotzdem trotzdem was sind diese komischen Dinger? die sind kaputt die kannst du nicht wegnehmen ok ich schaff's nicht ich bin zu schlecht dafür oh ich komme nicht mit der Maus zurecht ne was für eine Maus? ach ja ich komme da nicht rüber das hat nicht funktioniert darüber der Kontroler von dir ist kaputt nein ich glaube nicht die Maschine reinkutscht wenn's dir besser geht dann nimm das Steuerkreuz das ist einfacher ach ich kann mit dem Steuerkreuz kann ich nochmal hacken? ach cool oh ich weiß auch noch nicht da fehlt den wir nicht haben wo muss ich hin? oben links ok das brauche ich mal ich brauche hoch ja hoch ich muss erstmal das Fragezeichen aufdecken um dann das zu forschen zu können ich hab doch da schon hoch ja ja ach so das muss ich ah ja ok ok anderes 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 ich brauche ein anderes ich brauche ein anderes das entdeck mal ganz viel auf genau das und das ja aber erstmal muss ich da dran tun ach kacke ich brauche das da nein du musst das ja das andere unten dran tun das hast du dir weggeschmissen ich habe unten da nein rechts da schnell oben dran schnell oben links ne zu spät hey das muss ich da dran tun das wollte ich dann aber da konnte ich nicht ach ich möchte das da oben du hattest das nach unten gemacht aber du hattest das äh warum bin ich verletzt worden wegen weil das äh den elektroschock dann gibt wenn du das beim hacken nicht hinkriegst ach so das ist sehr schwierig ist Verbandskassen teuer wenn das hackstall ist alles günstiger dann halt ach günstiger nur hm ich kaufe mir was heute für die bespürzen so jetzt ist das diamond wir haben uns was ist das denn ich muss mal wer sein nächstes mal nach rechts besser bitte bleib mir da bist du was ist doch für ein beschlang boah alter schwede Was ist das denn? Der ist fast tot, ne? Gib mir das andere, wie geht das nochmal? Ist tot, ne? Ok, cool, cool, hab ich gut gemacht, ja. Leer. Kiste mit Granaten, Leer, das ist natürlich auch geil. Einen Kaffee. Keine Energie? Weiß ich nicht. Das Blöd habe ich da schon mal gesehen. Kurz am Aussteigen. Öl. Nensten Hoffner. Als Picasso die Porträtmalerei zu eintönig wurde, hat er die Menschen durch Würfel und andere abstrakte Formen dargestellt. Man nannte ihn ein Genie. Meine gesamte Laufbahn als Chirurg verbrachte ich mit den gleichen langweiligen Formen wieder und wieder. Die begradigte Nase, das markante Kinn, die wohlgeformten Brüste. Wäre es nicht wunderbar, wenn ich das, was der alte Spanien mit dem Pinsel tat, mit dem Messer tun könnte. Ich hab mir Brüste gemacht. Aber nur wegen mir. Ich geh mal da rein, auch wenn der Pfeil in die andere bestimmt zeigt. Man soll hier alles versuchen. Sicherheitskameras. Ich kann diese Teufelsdinge überall um dich herum hören. Die sind Reins Augen und Ohren. Ach da. Kann ich jetzt nicht daran gehen, oder was? Tja, du sollst dich nur nicht von der einfangen lassen. Was heißt einfangen? Dass sie dich nicht. Wo ist sie denn? Wo? Wow. Ja, du solltest dich nicht. Wo? Oh. Wann du. Du solltest dich nicht? Es ist ja da. warum hat das nicht geklappt die leiche kann ich auch nicht mitnehmen die leiche bringt es überhaupt hier was ich hier bin es bringt mich meistens ein was zu erkundigen das hört sich an einer grillparty ich habe direkt zweimal kreis genommen jetzt habe ich ihn unterbrochen das tut mir echt leid jetzt objekte und kreaturen in brand je öfter du es einsetzt desto mehr schmerzen kriegst du abzugjahren aufwärts ok bringen sie ihre gegner buchstäblich zur weißglow vorsicht feuer breitet sich aus ich wäre besser doch nicht lang gegangen ich bin auch schon gebraucht ich bin auch schon gebraucht gesundheit ich bin auch schon gebraucht wenn er den Griff hat ich kann mich hier auch so drinnen von hier aus ich steh auf ich lauf mal diesen mann nicht durchs feuer alle wege in rapture führen zu rhein sicherheit zu sehen die splicer die big daddy und die little sister erreichert die luft hier mit duftstoffen werden pheromone genommen dadurch tanzen sie alle nach seiner pfeife ach das ist Öl ne bestimmt ja sag mir das vor einer auch jetzt hab ich das nicht Problem ne ich hab's gesagt hast du doch gelohnt hier hinzugehen ja auf jeden Fall von da bin ich gekommen ach ne da kann ich runterspringen da kann ich die Kamera umgehen ja sauber ich bin ein guter Detektiv okay ey jetzt zeigt der Pfeil aber doch noch ne jetzt hab ich gedreht ach so nur einmal gedrückt und wenn ich lange gedrückt hab jawoll hab ich drauf jetzt das macht dann auch Pause ne mhm das kann hilfreich sein hab ich denn schon den Schlüssel? hast du aufgepasst? ne weil du musst ja den von Steinman holen den Schlüssel glaubte war das nicht Steinman? ich hab gedacht ich hätte den grad gebraten mit Steinman mhm ne ich auch nicht Steinman das ist auch sehr ja so muss es sein mhm leichte ohne Bisschen der Parasit hat ein Auge auf Rapture geworfen halten Sie auf den Scheinheit oben durch die Tür war nicht noch ein bisschen ne? mhm aber das hat kein Fall ne ja aber du darfst ja immer unten gucken jetzt geh ich nämlich sonst rüber sonst hätte ich niemals hier leeren Kisten gefunden mhm ja das stimmt das wäre fatal mit dem der ist ok dr ist ja 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 glatt wieder wieder damit auch persönlich davon unterrichten müssen dass er das dir zu verdanken hat auch nicht hier kann ich auch durch die Türen sehr gut weiter läuft es ja aaa jetzt sag mir bitte nicht hier ist alles wieder leer ja ja da ist ja noch dieser Freak ich hab doch geschült da ist ein Autohäcker hackt der das jetzt automatisch alles? ja ne nicht alles du kannst den einmal einsetzen einmal? ja und dann ist er kaputt ja das ist ja ganz klasse können wir das gleich mal ausprobieren wie du willst wenn ich dir was kaufen möchte ja tatsächlich einmal nur aber das ist einfach jetzt hacken steht auf grün ne? aber ich äh trau den Rappen her ich weiß nicht ob der verbrannt ist ah hacken hacken das soll ich mich jetzt hier schon tauschen sauber sauber ach ja immer erst aufdecken äh aufdecken 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 das aufdecken aufdecken jawoll das echt jetzt? ja ich bin ziemlich gut im hacken ja total ich bin ziemlich gut im hacken ja total das ist immer noch nicht warum ich es dann trotzdem noch kaufen muss ja ist halt einfach nur günstiger so kann man nie genug davon haben oh äh Zirkus Lärmeer fast verband da muss man dann war es doch nicht Stein man weil eben war ja das schon wieder so einer mhm hat er nicht gesagt? der wäre ja eigentlich lieber gut Dank der Möglichkeiten genetischer Veränderungen ist Schönheit nicht länger ein Geschenk oder ein Grundstoff sie ist eine moralische Verpflichtung zwingen wir etwa die Gesunden bei den Infizierten zu leben mischen wir Kriminelle mit Rechtschaffenden also warum dürfen dann die Gewöhnlichen die Welt der Schönen betreten wo ist denn dieser Big Daddy der geht über mir ne da vorne ne da vorne ne ich denke mit diesem schönen Spruch das haben wir erstmal durch wieder oder? gerne Stein mann haben wir zweimal noch nicht gefunden aber Stein mann haben ja wir haben ein neues Plasmid das ist immerhin ne Stein mann gesucht, Glasmid gefunden ja das ist erfolgreich aber in der nächsten Folge Stein mann mit Sicherheit mit Sicherheit dann bis zum nächsten Mal vielen Dank euch bis dann bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal